7 Schritte zur Gründung eines Kleinunternehmens im Internet Folgen Sie diesem Plan, um Besucher auf die Website Ihres Kleinunternehmens zu locken und Sie zum Kauf zu bewegen. Es gibt eine bewährte Abfolge von Schritten, die Sie befolgen können, um Ihren Erfolg zu garantieren, wenn Sie ein kleines Unternehmen online gründen wollen. Ich habe gesehen, wie tausende von Menschen erfolgreiche Unternehmen gegründet und ausgebaut haben, indem Sie die folgenden Schritte befolgt haben. Schritt 1. Gründen Sie ein Unternehmen, das einen Bedarf deckt. Die meisten Existenzgründer machen den Fehler, erst nach einem Produkt und dann nach einem Markt zu suchen. Um Ihre Erfolgschancen zu erhöhen, beginnen Sie mit einem Markt. Der Trick besteht darin, eine Gruppe von Menschen zu finden, die nach einer Lösung für ein Problem suchen, aber nicht viele Ergebnisse finden. Das Internet macht diese Art der Marktforschung leicht. Besuchen Sie Online-Foren, um zu sehen, welche Fragen die Leute stellen und welche Probleme sie zu lösen versuchen. Recherchieren Sie nach Schlüsselwörtern, nach denen viele Menschen suchen, die aber nicht mit anderen Websites in Konkurrenz stehen. Informieren Sie sich über Ihre potenziellen Konkurrenten, indem Sie deren Websites besuchen und darauf achten, was Sie tun, um die Nachfrage zu befriedigen. Dann können Sie das Gelernte nutzen, um ein Produkt für einen bereits bestehenden Markt zu entwickeln und es besser zu machen als die Konkurrenz. Schritt 2. Schreiben Sie Texte, die sich verkaufen. Es gibt eine bewährte Formel für Verkaufstexte, die Besucher durch den Verkaufsprozess führt, von dem Moment, in dem Sie auf Ihre Website kommen, bis zu dem Moment, in dem Sie einen Kauf tätigen. Schritt 3. Wecken Sie das Interesse mit einer fesselnden Überschrift. Beschreiben Sie das Problem, das Ihr Produkt löst. Stellen Sie Ihre Glaubwürdigkeit als Problemlöser unter Beweis. Fügen Sie Erfahrungsberichte von Personen hinzu, die Ihr Produkt verwendet haben. Sprechen Sie über das Produkt und seinen Nutzen für den Nutzer. Machen Sie ein Angebot. Geben Sie eine starke Garantie. Erzeugen Sie Dringlichkeit. Fordern Sie den Verkauf. In Ihrem Werbetext müssen Sie sich darauf konzentrieren, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in einzigartiger Weise in der Lage ist, die Probleme der Menschen zu lösen oder Ihr Leben zu verbessern. Denken Sie wie ein Kunde und fragen Sie, was ist für mich drin? Schritt 3. Entwerfen und erstellen Sie Ihre Website. Sobald Sie Ihren Markt und Ihr Produkt kennen und Ihren Verkaufsprozess festgelegt haben, sind Sie bereit für die Gestaltung Ihrer Website für kleine Unternehmen. Denken Sie daran, es einfach zu halten. Sie haben weniger als 5 Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit eines Besuchers zu erregen, andernfalls ist er weg und wird nie wieder gesehen. Einige wichtige Tipps, die Sie sich merken sollten. Wählen Sie eine oder zwei einfache Schriftarten auf einem weißen Hintergrund. Sorgen Sie für eine klare und einfache Navigation, die auf jeder Seite gleich ist. Verwenden Sie Grafiken, Audio- oder Videodateien nur, wenn Sie Ihre Botschaft verstärken. Fügen Sie ein Opt-in-Angebot ein, damit Sie E-Mail-Adressen sammeln können. Machen Sie den Kauf einfach, nicht mehr als zwei Klicks zwischen dem potenziellen Kunden und der Kasse. Ihre Website ist Ihr Schaufenster, also gestalten Sie sie kundenfreundlich. Schritt 4. Nutzen Sie Suchmaschinen, um gezielt Käufer auf Ihre Website zu leiten. Piper-Klick-Werbung ist der einfachste Weg, um Besucher auf eine brandneue Website zu bringen. Sie hat zwei Vorteile gegenüber dem Warten, dass der Verkehr organisch zu Ihnen kommt. Erstens erscheinen PPC-Anzeigen sofort auf den Suchergebnisseiten und zweitens können Sie mit PPC-Anzeigen verschiedene Schlüsselwörter sowie Überschriften, Preise- und Verkaufsmethoden testen. Sie erhalten nicht nur sofortigen Traffic, sondern können mit PPC-Anzeigen auch Ihre besten und umsatzstärksten Schlüsselwörter herausfinden. Anschließend können Sie diese Schlüsselwörter auf Ihrer gesamten Website in Ihren Texten und im Code verteilen, was sich positiv auf Ihre Platzierung in den organischen Suchergebnissen auswirkt. Schritt 5. Verschaffen Sie sich einen guten Ruf als Experte. Menschen nutzen das Internet, um Informationen zu finden. Wenn Sie diese Informationen anderen Websites kostenlos zur Verfügung stellen, werden Sie mehr Besucher und bessere Platzierungen in den Suchmaschinen erzielen. Das Geheimnis ist, dass Sie bei jeder Information einen Link zu Ihrer Website einfügen. Verschenken Sie kostenlose fachkundige Inhalte. Erstellen Sie Artikel, Videos oder andere Inhalte, die für andere nützlich sind. Verbreiten Sie diese Inhalte über Online-Artikelverzeichnisse oder Websites für soziale Medien. Fügen Sie auf Ihrer Website Links zu wertvollen Inhalten ein, die Sie an einen Freund senden können. Werden Sie ein aktiver Experte in Branchenforen und sozialen Netzwerken, in denen sich Ihre Zielgruppe aufhält. So erreichen Sie neue Leser. Aber noch besser ist, dass jede Website, die Ihre Inhalte veröffentlicht, auf Ihre Website zurückverlinkt. Suchmaschinen lieben Links von relevanten Websites und werden Sie in den Rankings belohnen. Schritt 6. Nutzen Sie die Macht des E-Mail-Marketings, um Besucher in Käufer zu verwandeln. Wenn Sie eine Opt-in-Liste aufbauen, schaffen Sie einen der wertvollsten Aktivposten Ihres Online-Geschäfts. Ihre Kunden und Abonnenten haben Ihnen die Erlaubnis erteilt, Ihnen eine E-Mail zu senden. Das bedeutet, Sie geben Ihnen etwas, um das Sie gebeten haben. Sie bauen eine lebenslange Beziehung zu Ihnen auf. Die Reaktion ist zu 100% messbar. E-Mail-Marketing ist billiger und effektiver als Printmedien, Fernsehen oder Radio, weil es sehr zielgerichtet ist. Jeder, der Ihre Website besucht und sich in Ihre Liste einträgt, ist ein sehr heißer Kandidat. Und es gibt kein besseres Instrument als E-Mail, um mit diesen Leads in Kontakt zu bleiben. Schritt 7. Steigern Sie Ihr Einkommen durch Backend-Verkäufe und Upselling. Eine der wichtigsten Internet-Marketing-Strategien besteht darin, den Lebenszeitwert eines jeden Kunden zu entwickeln. Mindestens 36% der Menschen, die einmal bei Ihnen gekauft haben, werden wieder bei Ihnen kaufen, wenn Sie sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Der Abschluss des ersten Verkaufs ist bei weitem der schwierigste Teil, um nicht zu sagen der teuerste. Nutzen Sie also Backend-Selling und Upselling, um Ihre Kunden zum erneuten Kauf zu bewegen. Bieten Sie Produkte an, die Ihren ursprünglichen Kauf ergänzen. Versenden Sie elektronische Treuekoponds, die der Kunde bei seinem nächsten Besuch einlösen kann. Bieten Sie auf Ihrer Danke-Seite nach dem Kauf verwandte Produkte an. Belohnen Sie Ihre Kunden für Ihre Treue, und Sie werden noch treuer werden. Das Internet verändert sich so schnell, dass ein Jahr online etwa 5 Jahren in der realen Welt entspricht. Aber die Grundsätze, wie man ein erfolgreiches Online-Geschäft gründet und ausbaut, haben sich überhaupt nicht geändert. Wenn Sie gerade erst mit einem kleinen Online-Geschäft beginnen, halten Sie auf Ihre Seite.